Ich heiße Anton. Wie heißt du? Ich heiße Anton. Wie heißt du? Ich bin sechs Jahre alt. Und du? Ich bin sechs Jahre alt. Und du? Ich habe noch einen Bruder. Der heißt David. Hast du auch Geschwister? Ich habe noch einen Bruder. Der heißt David. Hast du auch Geschwister? Ich gehe in die erste Klasse. Also bin ich ein Erstklässler. Ich spreche zwei Sprachen. Deutsch und Chinesisch. Ich spreche zwei Sprachen. Ich spreche mit Lego. Und ich lese auch gern. Was magst du? Ich mag es mit Lego zu bauen. Und ich lese auch gern. Was magst du? Ich bin schестig. Ich suche Home. Ich mag das erste Klasse. Ich mag es möchten. Ich mag esacionieren. Ich muss beschäftigen,iende чуд foss訪uskloven. Ich liebe jetzt о